Herr Seppi, für den Blutdruck müssen Sie machen jetzt Kniebeugen, damit ich keinen testen kann. Machen wir mal gescheit alle mit Arsch, gell? Wissen Sie, Herr Dr. Metalist, was das Schlimmste ist? Mein Seppi, der ist nicht mehr so lustig wie früher. Ich bin ja so eine sonnige Frohnatur. Und mein Seppi, der lacht nicht mehr. G'scheit alle mit! Herr Dr. Metalist, ich frag mich, warum lacht mein Seppi nicht mehr? Seppi, Seppi, das sind schon 56 Kniebeugen. Das ist genug, da kann ich viel im Bultz. Bultz ganz normal. Sie sind ein ganz gesunder Mann. Ganz gesunder Mann. Jetzt darum, Frage für ganz gesunden Mann. Wie schaut es aus mit den Sechs? Sie haben Pause. Sechs? Was? Sechs mit der grauhaarigen Dusse? Ja, wer möcht denn das? Also ich nicht. Früher, ja früher, war es eine blonde Raketen. Aber jetzt? Du freust! Stopp! Jetzt kommt Mentalist in Aktion. Schauen Sie jetzt in meine Finger und gehen Sie zurück. Langsam! 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 Und jetzt ganz langsam und sicher setzen auf Stuhl. Und jetzt kommt dieses Gerät, was ich habe entwickelt. Damit ich kann Zeit, Rad der Zeit zurückdrehen. Seppi, Sie müssen jetzt drehen, diese Rad und Sie brauchen viel Kraft. Sie müssen vielleicht ausziehen, Sarko. und schauen, ob Sie haben Kraft. Ja, ja, ja. Sie haben Kraft. Seppi hat vielleicht Kraft. Sie müssen das drehen. Und das ist ganz schwierig, aber das kann... Sie können vielleicht wieder haben, diese junge Frau. Nachher. Also, Acht und Drehungen sind genug normalerweise. Fangen Sie an, Seppi. Eins. Zwei. Drei. Vier. Sie haben keine Schmerzen. Fünf. Keine Schmerzen. Sie haben keine Schmerzen. Sechs. Sieben. Acht. Oh, die letzte Umdrehung. Yeah. Seppi, gut gemacht. Jetzt müssen Sie gehen auf die Seite. Und jetzt schauen wir, ob das Experiment gelungen. Ruhe, bitte. Wir sehen ihn schon. Erste, dein gelungen. Blonde Frau steht vor uns. Aber schauen wir, ob auch diese Blonde Rakette ist. Stehen Sie auf. Ziehen Sie auf. Ziehen Sie aus der Kuh. Oh, 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 oh. Ziehen Sie auch ruck. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Und auf mein Kommando. Jetzt dann warten. Wenn ich sage Schnipp, dann sieht Seppi seine Frieda. Und Schnitt und Schnipp! Vielen Dank.